Überhastet jetzt. Ja, was hast du denn? Nervös? Oder was? Jetzt bleiben wir so oft hängen, wie wir einen Toro ausnehmen. Aber wir wollen den, weil wir... Ah, der hat mich trotzdem erwischt. Ok, ich probier's mal mit dem Doppel-Drop jetzt. Ob der der Sprügel schneller ist. Aber ich meine, ich muss dann trotzdem mal wieder gegen erkennen. So, hier sollte man nur aufpassen, hier kommt erstmal einer runter und gesegelt gleich. Wo ist er? Ok, genau, daneben nicht. Oh, fast. Das war nicht hier, sondern hier muss man sich ja vorher lassen. Ja, siehste, geht schneller. Ach, das ist schon der? Ah, ok. Hässlich! Der hat sich umgedreht, oder? Ne, der kommt nicht. Äh, doch. Entscheide ich mal. Der will nicht. Reicht mal Wonders, Kollege. Äh, so. Titanic, Dämon, B. Vierter? Vierter? Ne, vierter. Fünfze, oder? Wenn wir grad die dritte hatten. War das schon die dritte? Ne, du bist zweimal, bei dem bestaub ich auch zweimal. Das war schon die vierte gerade. Ja, ich dachte gerade, dass... Ich hab doch, ich war der dritte gesagt, aber das war schon die vierte. Ich hab dann überlegt. Ah, oh, das landen zieht auch schon mal. Heute nicht. Stich zu 70. Ne, Stich ist langweil. Ja, ja. Versteht mal, du. Alter. Du kannst den Sprung blocken. Doch, ich wollte nicht blocken. Ich wollte rollen, aber ich... Ich hab den Fehler gemacht, ich wollte nach vorne rollen. Also, aus dem Flex, so weißt du, weil ich halt am vorne nach vorne laufen war. Und nach vorne rollen, durch und durch. ist leider nicht möglich, ne? Und ich hab die Serien, glaub ich, nicht aufgesammelt, oder? Nope. Hab ich die auch gesammelt? Nope. Du hast nicht zugeguckt. Nope. Ne, ähm... Ich... Ja, musst du richtig rollen. Du hast ja nur ein oder zwei Frames, die unbesiegbar sind. Ja, absolut. Aber ich meine ja nur, weil ich kann gerade auch was sehen. So, jetzt der Doppel-Drop. Da ist der Drops gelutscht. Normal laufen einfach, ne? Ich glaube auch. Ja, zwei Mal passiert mir das nicht. Haha, ich glaube so. Weiß ich. Der 2G6. Falsch, ne? Und kassiert natürlich sogar nicht. Da, links... Nein, in der Rende. Ah, du bist runtergesprungen, ne? Oh, das war voll. Yay! Oh, Kollege. Ich glaube, ich zeichne dir eine Karte. Von Dark Souls. Mach mal. Ja. Ja, da bin ich schneller als du. Du bist du den Weg gefunden hast. Da ist... Da liegt noch was davon noch nicht an. Aber du triggert gerade immer mehr. Du hast gerade dein Grab geschafft, glaube ich. Oh, bis heute dein Grab ist gerade aufgestanden. Hm, das sind wirklich viele, ne? Ja. Und die haben jetzt deine Ausdruck zu hauen. Ich mach nen Abflug. Das war auch was. Das war auch was. Ja, ich wollte hier nochmal lang. Äh, die töten dich trotzdem, ne? Da sind die wieder welche vor dir. Jetzt hast du unsere Seelen verspielt. Alter. Oh, was tust du? Es lief vorhin so gut, ne? Aber das war ziemlich kopflos einfach. Ja, stimmt. Ich dachte, die Skelette setzen sich im Kopf erst wieder auf. Aber du solltest das auch mal wieder tun. Also insgesamt 10.000 Seelen in den Teil schon verhauen. Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh man. 10.000 Seelen. Das wäre ein Level Up. Und ne Waffe. Hier bist du hier, bist du da runtergelatscht. Statt einfach... Plöp. Tracen die mich hinten mal. Okay. Ah, jetzt Nummer 6. Versuch 6. Glaub ich zumindest. Irgendwie. Das kann doch nicht wahr sein. Oh man, ey. Der Sprung zieht auch, wenn der direkt über dir landet. Weil der einfach quasi... Verschall dann immer. Pass auf, wenn der jetzt auf sich zuspringt. Macht der harten Schaden. Ja. Ich bin ausgewicht. Aber der zweite Schlag. Der macht einmal... Ich glaub der macht kurz Blitze auf dem Boden. Und die haben mich getroffen. Ich steh mal halt. Na ja, gute Idee. Da kommt der nämlich jetzt nicht durch. Nein. Da kommt der nämlich jetzt nicht durch. Nein. Da kommt der nicht durch. Das brauchst du aber. Wir machen doch einfach mal keinen Schaden. Alter. Der hat mich festgebacken. Ich konnte nicht rollen. Wir haben auch keinen offenen Luki Schaden macht. Doch. Die macht genug Schaden. Aber. Ähm. Ja. Das Problem ist einfach... Den hängen wir jetzt bestimmt noch ein bisschen. Das ist irgendwie festhängig. Also... Sowohl als auch. Genau. Ja. Du kriegst einfach nicht hin. Das ist das Problem. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist immer wieder das... Das erste Mal, dass du das schaffst. Ne. Das zweite Mal. Ich gucke hin, dass du das weg warst. Achso. Ja. Nimm ja fest. Komm, wir müssen den jetzt schaffen. Sonst werde ich gleich sehr grantig. Ich bin jetzt schon grantig wie nix, ey. Das rächt mich einfach übel auf. Das werden so dummen Gegnern. Wie gesagt. Sonst immer den Sonnenlichtsperrgarten oder so, ne? Äh? Äh. Da hätte ich doch fast den selben Fehler nochmal gemacht. Ach, Alter. Du warst es einfach... Jetzt lauf einfach nach hinten nach. Ja. Dann kommen die Viecher auch nicht. Können der auch mehr Schaden machen, wenn wir Blitz drauf machen. Aber ich glaube, der zur Resistenz bin. Keine Ahnung. Ja, der macht selber Blitze. Also wird da wohl keine Schwäche. Das macht trotzdem mehr Schaden, ne? Ja. Ja, verbraucht der ne ganze Ausdauer jetzt vor. Der lädt ja ruckzuck auf. Ja. Nicht wenn du durchspinnst. Was machst du da? Kannst direkt heim gehen. Ja, mach ich jetzt auch direkt. Was war das? Warte mal, ich kann dir mal zeigen, wie ich den damals gemacht hab. Ja, komm mal. Was jetzt? Alter, konzentriere dich. Bitte. Bitte? Ja, Alter. Du musst doch mal klappen. Aber es klappt ja nicht, wenn du dich nicht konzentrieren willst. Ja, wie hast du ihn gemacht? Ja, normalerweise kommt der. Da muss man noch ein Stück zurück, glaube ich. Der muss ganz da vorne, äh... Ich glaub schon, natürlich nicht. Wieso kommt der müsste... Ach, muss man nicht... Warte mal, ich glaub, man muss auf ihn zu, dass er dann hinter dir her springt. Ja, oder sagen. Und dann? Hast du festgebackt, oder was? Ne, dann steht der da nämlich vorne und dann kannst du immer mal einen Schritt auf den drauf machen. Ah, jetzt kommt er. Ja, du musst quasi auf Nahkampendistanz gehen. Komm, spring noch mal eine Runde. Wenn du so schaffst, dann mach so. Ich versuch's, ne? Ja, jetzt bin ich schon zu weit weg. Komm, gleich noch raus. Komm, willst du uns? Na klar. Na... Da war ja immer. Ja... Nee, nicht zurück. Ja, hol. So, jetzt hab ich ihn eigentlich da, wo ich ihn haben will. Und jetzt auf den Zugang? Ja, verdammts. Die Frau hat mich gefällt. Die Frau hat mich einfach. Die Frau hat mich einfach. Ja, verdammts. Ja, die Frau hat mich einfach. Ja. Wenn wir immer wegrollen, ne? Neu, ne? Neu, ne? Neu, ne? Nimm mal wieder. nicht mehr Schaden macht. Black and Gracefort. Der ist doch okay, lass mich das doch Diva vernehmen. Oh, dann nimm das Schild, die haben die Angeverkehrsblock. Weil die macht ja immer. Fuck it, ey. Ja, Alter. Geh doch hinter der Säule. Das ist voll gefährlich. Ich nimm das Schild, die haben Diva. Hier kann man die wieder blocken, ne? Ja, deswegen. Einen Schlag? Der Doppelschlag, der Schwanz hat die auch noch gebrochen. Ach, ey. So hab ich ihn damals gemacht. Ja, sehe schon. Dann steht der da vorne und dann, ja. Eine Fernkampfwaffe wäre geil. Wir haben doch einen Bogen, aber der macht kaum Schaden, ne? Oder? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh Gott, ey. Ich fühl mich scheiße. Jetzt fühlt sich scheiße an, immer wieder zu verlieren, ey. Das ist mies. So ein Drecksviecher war, ne? Jetzt kann ich schon mittlerweile flüssig hier, den Weg. Und auch noch irgendwo runterzufallen. Soll ich dich nochmal im Zweikampf fordern oder so? Du kannst, ja, versuch's mal lieber auf deine Möglichkeiten. Das macht wenigstens ein bisschen mehr Schaden, weißt du? Ja, du wolltest sehr lange, glaub ich. Ja, sicher. Soll ich mal, wo ich noch gerade Schwert mehr auf Schaden macht? Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Wenn nicht, dann renne ich auch nicht. Genauso schnell, aber vielleicht macht man mehr Schaden. Wenn nicht, dann renne ich hier zurück und wechsle die Waffe. Okay. Vielleicht hat er gerade so ungefähr 40 Schaden pro Schlag gemacht. Ne, weniger. Okay. Das Torerschwert wieder. Doch, nicht so gut. Wie gesagt, so 5 Schaden weniger. Ja. Der hat mich wirklich auf dem Weg gerollt. Ne, ich schlafe den jetzt nicht vorne hin. Und dann nehme ich eine Zweiende-Waffe. Ich schlafe da nicht, oder? Ja die Solle und Säule und wenn du sie mehr an der Solle stehst, kriegst du das doch noch ein Stück hinter der Solle? Jaja Ehm Ehm Wie war dat ne so ma Ach 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 Alter ich guck mal was die Armbrust dem zieht Doch ich werd ja so gut wie nichts Ha! Neun Schaden Ich kann ihn so schwächen I got your back baby Oh 10 Schaden Mach dir mehr Schaden je mehr du dran bist? Nein Ich glaub nicht oder? Halt Besonder Zufall zwischen Zwischen 9 und 10 macht die Ja aber so kann ich den Bis auf Hälfte locker 110 mit den Bolzen die wir haben oder? Ich weiß ja nicht wieviel an der A Nicht am 08 Aber wir haben noch nen Bogen Wenn den Bogen in irgendeiner hat nix kannst du den auch automatisch schießen Ja ich weiß Ich weiß aber nicht Das ist zwar Ultralame wenn du revisiert hast dann musst du einfach schießen drücken Dann musst du einfach Erdrücken statt El Das ist zwar Ultralame ne Aber ich will den jetzt killen Ich schieße alle unsere Bolzen drauf Und dann dürfte er Ich weiß nicht Viertel HP weg haben Und dann noch ein paar Pfeile Und dann Wenn ich dann verkehren haben wir keine Pfeile um Bolzen mehr Wenn ich dann verkehren haben wir keine Pfeile um Bolzen mehr Ehm Langen Bogen Der macht aber mehr Schaden Ne weniger Schaden Wir haben Fehlerpfeile Die haben neue Reichweite um mehr Schaden Und mehr Schaden Versuch Aber der braucht aber lange zum Ziel Ja 20 Stück aber der macht auch 20 Schaden 20 Stück aber der macht auch 20 Schaden Oh man Wenn du Magie hast ist ja viel einfacher ne Ja Ich weiß nicht Einen Sonnenlichtschmer von mir hat den 300 gezogen Nur 400 fast Ich muss noch drei Pfeile Ich weiß Und danach habe ich noch Standortfälle Cool ich kann mir auch Ich glaube wenn ich den durch habe Mach ich mal also nicht online Mach ich mal einen Solo Run mit dem Bogen schützen Ich kann ja trotzdem noch ein leichtes Schwert dazu nehmen Ach hier Noch 30 Oh die machen mehr Schaden Irgendwie noch mehr Schaden Ne machen sie nicht Das war ein Kritz war dann wahrscheinlich Die haben wahrscheinlich den kleinen Kopfstummel da getroffen Guck mal der ist jetzt fast halb da oder Und das noch 26 halb Ich stagere den gleich bestimmt wieder Das war falsch Wow Das war echt kann aussehen Ob man die Waffe auch mit Blitz verzaubern kann Keine Ahnung Das bei den Bögen geht Das soll ich mal probieren Ne komm Ne verschwenden das Goldhands Das kannst verkaufen aber Schluckpfeile Boah Ich dachte ja mach mich jetzt fertig Ach rein Auf der Distanz würde ich den nicht an Einen Und Untertitelung des ZDF, 2020